gott segne euch alle meine brüder meine brüder und schwestern und alle die das video sehen gepriesen seit dem namen unseres herrn jesus christus und er sei erhoben über alle anderen wir haben keinen anderen gott als jesus christus wir haben keinen anderen glauben als das was in der bibel steht jesus ist für uns gekommen als opferlamm gottes und hat sich selbst für uns gegeben weil wir nicht weil wir voller sünde waren und er nicht wollte dass wir verloren gehen die bibel sagt dass der wille gottes ist dass jeder gerettet wird das ist ein wunsch dass jeder gerettet wird und das passiert aber leider nicht so und auch der wunsch von jedem christen dass jeder dass jeder die wahrheit erkennt und gerettet wird und wenn wir christen wenn wir die wahrheit empfangen haben durch die gnade unseres herrn jesus dann sollten wir sie festhalten und wir sollten es nicht mehr loslassen der herr jesus hat sich selbst für uns gegeben hat unsere schuld auf sich genommen und wir sind nur daran wir sind einfach nur gerettet weil wir an ihnen glauben weil wir ihn aufgenommen haben in unserem herzen jesus hat unglaublich ist für uns getan und manchmal habe ich das gefühl dass wir das noch nicht oder nicht wirklich dass jemand vergessen was er eigentlich für uns getan hat auch ich selber dass ich das manchmal einfach nicht mehr so in meinem herzen habe aber wir sollten es immer in unserem herzen haben sollten es nicht vergessen soll uns immer wieder daran erinnern was jesus eigentlich für uns getan hat weil immer wenn man sich daran erinnert was jesus für einen getan hat dann möchte man nicht mehr man möchte nicht stolz sein man alles man möchte einfach sein leben zu der ehre gottes leben und jeder christ hat das verlangen in sich einfach so zu sein wie jesus jeder christ hat das verlangen in sich perfekt zu sein vollkommen zu sein auch wenn wir es jetzt nicht sind aber wir haben den willen dazu und wenn wir glauben haben also ich glaube es durch jesus für uns ist nicht möglich aber für jesus für gott ist alles möglich selbst dass wir so dass wir sogar perfekt und vollkommen werden deswegen sagt er die bibel der herr reinige euch völlig und heilige euch und und der herr möge euch also dass wir einfach perfekt dastehen dass sie bereit sind für seinen kommen für ihn ist es möglich das zu tun aber wir müssen einfach nur glauben sie müssen uns einfach an ihn geben und ihm hingeben und ihm überlassen unser leben ihm überlassen wir sind nur durch glauben gerettet aber was bedeutet es wirklich zu glauben weil das es gibt dinge die gläubige christen einfach nicht mehr tun können es gibt sünde die wir tun aus unserer schwachheit weil wir einfach menschen wenn wir in diesem fleisch sind aber dann gibt es noch dinge die sind einfach bewusst die ein christ einfach nicht mehr tun kannst es das ist bewusste sünde also dass man sündigt nicht aus schwachheit sondern man ignoriert einfach vollkommen das gebot gottes und widersetzt sich dem und zum beispiel kennt man als christ du nennst dich ein christ aber du lebst mit einer freundin oder mit einem freund zusammen oder du nennst dich christ aber du gehst auf parties wir sind zwar nicht mehr unter dem gesetz aber wir sind noch unter dem gesetz christi und es gibt dinge die ein christ einfach ein gläubiger christ nicht mehr tun kann wir sind aus glauben gerettet und der glaube kommt zuerst aber auf den glauben darauf folgt folgen auch werke deswegen sagt die bibel wir sind durch glauben wir sind durch glauben alleine gerettet aber nicht durch werke aber die bibel sagt auch wir sind durch werke gerechtfertigt nicht durch glauben alleine aber was bedeutet das jetzt wenn wir wirklich glauben automatisch nicht wir sind nicht gerettet weil wir gut gewesen sind oder jesus hat uns nicht zu ihm gerufen weil wir gute menschen davor gewesen sind nein sondern einfach nur weil wir an ihn glauben deswegen hat er uns aufgenommen zu sich und automatisch automatisch möchte man nicht mehr das falsche tun man möchte das richtige tun man möchte dem willen gottes folgen da ist ein unterschied zwischen jemandem der sich christ nennt und jemand und einem wirklich gläubigen christen deswegen wenn wir in ihm sind dann halten wir seine gebote und sein geburt ist unsere nächsten zu lieben unsere brüder und schwestern so zu lieben wie er sie liebt weil die liebe ist die erfüllung des gesetzes wenn wir unseren bruder lieben unsere schwester lieben wenn wir unseren nächsten lieben dann können wir ihn nicht mehr ihm nichts mehr antun ihm nichts mehr böses tun und wenn wir gott lieben und ihm auch hingehen weil sein wort das befreit uns wenn wir mehr zeit mit ihm verbringen weil das ist ja was er möchte die bibel sagt reinigt die hände ihr sünder und nähert euch gott und er wird sich euch annähern und so ist es denn es ist die sünde die uns von von gott trennt jesus hat die brücke wieder gebaut und wieder versöhnt mit gott die brücke dass wir wieder zurück zu gott können unseres uns bereinigt von unserer sünde uns freigesprochen aber das rechtfertigt nicht die sünde sondern viel mehr frauen sagt im römer brief wir bestätigen das gesetz also ja unser leben sollte ein zeugnis für jesus sein sollten bereit sein alles für ihn zu geben denn ihm ist es möglich uns oben zu halten und ihm ist es möglich uns auch perfekt zu machen ja gepriesen sei der herr und der herr möge euch helfen euch stärken euch kräftigen ja und wenn kein christ bist und dieses video sich dann wisse dass jesus für deine sünden gestorben ist und dass er eigentlich er sagt ich sehe ich stehe hier und klopfe an der tür und jeder der aufmacht zudem werde ich eingehen und mit ihm das abendmahl essen oder mit ihnen gemeinschaft haben und wenn du heute heute wenn du seine stimme hast verhärte dein herz nicht aber öffne dein herz für ihn so dass er nicht ein kommt und du wirst sehen dass das ist das was eigentlich was jede menschen dass jeder wir alle braucht erst das wirkliche leben wenn wir jesus nicht haben dann sind wir lebendig tot aber mit wenn wir jesus haben selbst wenn wir sterben dann leben wir ja gepriesen sei der herr der mächtig wird erst der höchste und der aller höchste und es gibt keiner so ist wie er ja ja und möge gott uns allen helfen und uns kraft schenken auch ja denn er gibt uns die kraft auch um diese welt zu überwinden er sagt wer überwindet der wird vom baum des lebens essen gepriesen sei der herr und wenn ihr getauft werden wollt vergessen nicht wenn ihr christen seid dann werdet getauft auf den namen jesus christus denn auf diesen namen haben die apostel getauft und die apostel haben keinen fehler gemacht sondern sie haben auf diesen namen getauft denn sie haben genau das getan was jesus ihnen befohlen hat denn jesus hat gesagt tauft auf den namen des vaters des sohnes und des heiligen geistes und sie haben genau das getan was er gesagt hat. Sie haben seinen Befehl gehorcht, denn sie haben auf den Namen des Vaters getauft, auf den Namen des Sohnes und auf den Namen des Heiligen Geistes. Denn der Name des Vaters ist Jesus Christus und der Name des Sohnes ist Jesus Christus und der Name des Heiligen Geistes ist Jesus Christus. Er hat ja auch nicht gesagt, dass die auf Titel taufen sollen, sondern auf den Namen. Und das ist ein Name und dieser Name ist Jesus Christus. Und in seinem Namen, in diesem Namen sind wir auch gerettet. Durch ihn sind wir gerettet und zu ihm bekennen wir uns und deswegen sollten wir uns auch taufen lassen auf seinen Namen. Ja, okay. Und Gott segne euch.